Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ist Dienstag, heute ist Vögeltag. Ja, heute bist du denn. So, wir hatten am Samstag ein schönes, klares Video. Ein Live-Video. Ja, am Anfang war es ein bisschen schlecht, da kamen wir gleich wieder hier in den Kommentar, Uwe, Bild und Hunde, ist aber scheiße. Jungs, in Thailand muss das Internet sich erstmal warm laufen, ne. So, und wenn es dann warm gelaufen ist, dann wird das Bild auch dann wieder besser, ist wie mit dem alten Diesel. Da musst du erstmal ein bisschen Zeit geben, ne, so. Und, äh, ist natürlich Blödsinn, das ist klar, ne. Aber ich kann euch das sonst nicht anders erklären, warum es am Anfang immer schlecht ist und dann im Laufe des Live-Bildes dann klar. Es muss erstmal warm laufen, verstehst du? So, dann, ähm, ich habe Futter gekauft. Und zwar einmal hier diese Sepia-Schalen. Die werden auch ganz gut angenommen. Hat dir da jemand auf den Arm gekackt? Das ist aber Misslichtung. Voll hier auf dem Ellbogen drauf. Ach, ich sehe es, ah, schön. So, und die Sepia-Schalen habe ich gekauft. Die, äh, waren gar nicht mal so art teuer. Vier Stück von, von denen mit 40 Bat, ne. 45 Bat waren die, ne. Ähm, kam auch recht schnell. Dann habe ich bei dem Händler nochmal geguckt im Internet, was er sonst noch hatte. Und da haben wir jetzt auch, äh, Spezialfutter jetzt, äh, gefunden. Also, so, so Tropfen und so Pulver, was dann nochmal wieder die, äh, Eiproduktion dann anregen würde. Und auch diesen, ähm, Kalk-Block habe ich auch noch gekauft. Für alle drei Folieren dann, also jede Foliere und auch die, ähm, Phobus haben dann auch die Sepia-Schalen auch dann da schon drin. Also, jeder wird jetzt hier mit den Schalen, oder, gell, machen wir es so, dass ihr dann auch alle schön glücklich seid und alle hier schön dann Eier legen könnt. Ihr seid aber sowieso noch viel zu jung hier, gell, ihr seid noch zu jung hier. Kleinraugadanda. So, das haben wir gemacht. Das Wetter ist bescheiden zur Zeit. Wir haben, äh, Regenzeit in Thailand. Jetzt ist September, ist der Monat mit dem meisten Regen. Habt ihr auch hier im Live gesehen. Es schüttet ab und an einmal dann da, ne. Temperatur so 28 Grad. Und, ja, Poolwetter ist jetzt gerade nicht, ne. Ist auch klar. Aber ist halt im September so, ist also kein Monat, wo man unbedingt sagt, hier, ich komm nach Thailand zum Urlaub machen, ne. Da gibt's dann aber auch meist immer, äh, solche Angebote, wo man dann nach Thailand reisen, äh, soll dann. Aber das Wetter ist dann leider bescheiden. Naja, macht nix. Also, den Vögeln macht's auch nix aus. Die haben ihr Dach da drüber. Und wenn sie dann geduscht werden wollen, gehen sie raus. Und wenn nicht, dann bleiben sie unterm Dach, gell. So. Heute ist aber ein bisschen schmusi, schmusi, bär, gell, ha? So, schmusi, schmusi, bär. Gib mal Fotte. Gib mal Fotte. Gib Fotte. Okay. Gib Fotte. Tommy? Oder Aramee? Aramee. Aramee. Bist du so, schmusi, bär? Oh, schmusi, bär, oh. Kleine, schmusi, bär, du. Oh, guck, fotte, fotte, ja, guttag. Guttag, gib Fotte. Oh, andere Fotte auch. Oh, guttag. hat mich nicht mehr losgelassen, hat mich nicht mehr reingelegt oder was hier, Granate spitz, so also weiter geht's, geht los, hallo Soadita, guten Morgen, hallo, jetzt hat Porn da extra für Cookie was hin jetzt gelegt, dass der extra Zuckerrohr kriegt da und den 9er Äpfel, jetzt geht es so hoch, jetzt geht es so hoch da oben hin, aber du bist auch die Hälfte, naja gut, also, sie beißen, sie beißen, ja gut, nicht wieder den Schwanz wieder rein quetschen, ja, 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 dann gibt es nur wieder Schreierei hier, ja, das haben aber andere Leute gesehen, dass der Schwanz drin war, das war auch lustig, das habe ich auch nicht gesehen, so, wer frisst jetzt schon wieder meinen Lautsprecher hier, äh, das Mikrofon, na, Julia, Julia, wie sieht die Lage, was macht die Liebe, hä, geht bald runds hier, wa, nein, nee, diese Notziehung, das Wetter, ja, habt ihr auch jetzt gesehen am Samstag, ne, ist ja halt Regenzeit, ne, ab und an regnet es dann da, ne, und heute auch wieder so, lala, also, das Wetter ist jetzt nicht so prickelnd da, ne, ist gerade keine Poolwetterzeit, ne, September ist hier der schlimmste Monat mit Regen, 28 Grad, sag ich mal, ne, und, alles nass, alles schlammig hier, alles rutschig, alles volle Algen, oh, ich mach's nix aus, gell, ja, das ist Bärth, das ist Bärth, und der guckt bei Anna, wieso, 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 Julia, Anna, 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 komm, Anna, komm, Anna, komm, wenn sie nicht will, dann will sie, ne, ich hoffe, an sie nichts machen, Papa, ja, sind wir aus dem Garten, ne, da haben wir zur Zeit viele, ne, Papa, ja, Leonard, Leonard, die beiden sind so dicke Freunde, ne, die zwei hier, Julia und Leonard, so, was gibt's bei euch, neuner Apfel, von Hand serviert, oh фokale, oh, was die, was die, ja, diese, oh, du, Die sind keine nicht. Aua, du hast mir ins Ohr gepissen. Daisy, du hast mir ins Ohr gepissen. Das darfst du nicht. Ja, das darfst du nicht. Was machen die zwei? Was ist das los? Das weiß ich nicht, ist das schwul oder was? Ja, ist das schwul oder was? Ja, ja. Was ist das los? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn schon wieder? Jungs, hier hängt keine Regenbogenflagge, ja? Nehmt euch anständig hier. Was ist das denn? Julia, guck du. Das ist natürlich alles gegen Licht. Das ist ja blöd hier wieder. Was ist das denn, du? Sodom und Gomorra. Das ist auch so wie füttern, oder? Weil die zwei, das ist ja richtig hier. Die zwei, die sind richtig hier, so. Ja genau, sag mal Bescheid hier. Was sagst du dazu? Was für ein Movie. Gestern Abend. Gestern Abend. Ach, die Serie da, die Serie. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lioness. Haben wir geguckt, Lioness. Das waren aber zwei Frauen, T-Lack. Ja. Wir schweifen vom Thema ab. Cindy. Graue Schnabel. Und Bert hat diesen rot-pinken Schnabel. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wie ist er jetzt? Bert. Ja, dreht ihn rum hier. Du Held. Ja, richtig. So, Uwe, nicht so wackeln, nicht so wackeln hier. Nicht so wackeln. Ich schenke dir mal einen ein hier. So, da ist er, da ist er. Da ist er. Bert. So, schau die Kette davor. So, super gemacht, du. Da kommt er jetzt auch jetzt. Oh, das ist nicht schwer, du. Dank, wo ich zu halten hier. Da ist eigentlich der Platz für Cookie. Und jetzt kommt dann Leonard und Anna. Du bist heute ganz schön frech zu mir, ehrlich, du. Daisy. Daisy. Du bist ganz schön frech heute, du. Echt, ey. Puder, ich bin gern. Warum so frech heute, hä? Dann gehen wir mal weiter. Oh, Sonne kommt wieder. Ah, ha, ha, ha. Da bist du ja so. Du Rennvogel. Ganta, wo Ganta? Du Rennvogel. Ganta. Komm her, komm. Halt, guck. Ganta. 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 Komm her, komm. Komm her, du Rennvogel. Halt, guck. Halt. Halt. Also gut. Gut ist es. Halt. 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 also damals auch drin hier die sepia schalen gut beißen ja wird hier also auch gut angenommen stinken wie die sau aber lecker sagen sie ganz schön du bist der fröhlichste vorliegung hier 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 Du hast Eier drin hier, du hast Eier drin, du Name? Keiner weiß es So, wo ist der Kleine? Oben dem Ganscha Du auch Ganscha Hier frisst du viel Ganscha glaube ich, kann das nicht Da hängen sie Da hängen sie Da hängen sie Seid ihr alle da? Da hängen sie Au 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 Nicht beißen hier Nicht beißen Du hältst Interessant he? So Au 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 Upsa Ameisen Haben wir viel drin hier unten Aber hier kannst du ja mit Gift nicht arbeiten Ist klar Es bleibt ja nicht nur Backpulver oder was Was du machen kannst Aber ist klar Ameisen Ist immer hier Sobald irgendwas fallen lässt hier Unterm Tisch oder was Sofort hast du Ameisen dann Das ist im Thailand so Gerade hier in so einer Foliere hat es immer was zu fressen Ist auch klar Da fühlen sie sich richtig wohl hier Ne Das ist ein optisches Problem Oder frisst sie auch Ameisen Mögen die auch nicht Schon wieder hier Du Rennvogel Bist schon wieder hier Ich kann so schnell gar nicht mit der Kamera arbeiten wie du läufst Echt Aha Richtiger Rennvogel Eier ist nix Vorher gerade noch mal habe ich jetzt geguckt Obwohl sie am Hoppel Hoppel sind Fleißig Fleißig Hoppel Hoppel Aber wollen Vielleicht bringt das ja doch was mit dem Futter da Dass sie da jetzt genug Kalk haben Wenn wir jetzt noch zum Eier produzieren Na komm Na komm Na komm Na komm Na komm Komm her So Ach jetzt sitzt du mit auf die Kamera drauf Bitte Bitte Nicht immer auf die Kamera Hier sitzen ja Du Held Rotkäppchen Ne Rotbäckchen du Rotbäckchen Ich bin ganz schade Rotbäckchen Der sitzt auf dem Neutsprecher Auf dem Mikrofon hier Weiter Und zupst die Haare rausch Du bist dermaßen schnell Echt Wir gehen weiter Nächste Station Zu und Bruno Wie geht's Da hängen sie Und da oben Hier Hier Robert 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 Wo Annalena Wo Annalena wieder auf Tour oder was hier Annalena nicht da Da bist du doch Annalena Mit Fuß Ja Mit die zwei klappt gut Annalena 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 Hier Die zwei Bernd und Bianca Ach die haben auch hier Seppiaschale drin Die haben auch Da ist aber Riesenstück für die zwei Hier Na gut da hätte man noch ein kleines Oder Na ja egal Brechen können Guck mal Guck mal Und auch noch fallen gelassen Auch noch fallen gelassen Auch noch fallen gelassen Die hier langsam kitzchen In der Zugsam Säcke Oder Ja 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 Sag ich ja Die zwei sind gut miteinander Jetzt Anfang war ja schwierig Ne Mit die zwei Hier Aber jetzt ist Gut Schlecht aufzunehmen Hier mit die Hubert Ja Der Grüne Schlecht aufzunehmen Schlecht aufzunehmen Ja Schlecht aufzunehmen das ist schwierig mit der schmetterlinge schwierig ehrlich sie sind her passen der höchste ich bleibe ich bleibe hier sind drei stück da ich hab bekloppt jetzt sind drei stück da guck mal thomas seit das sind bilder macht du machst das sind bilder drei stück drauf ja dann machen wir nach jetzt hier drei stück hier eine freihand aufgenommen die sind aber auch nervös da da ist noch ein kleiner so siehst du die haben hier auch drin wichtigste hier dass die auch das sepia schalen spezialfutter kriegen gut ich guck was gibt es zu essen ach das lecker ist was mögen die denn da das rote auch auch aber wühlen da drin diese von wir haben die karte schon essen hier hat schon das die hat die her hat da Moussi und Ritschi trauen sich nicht oder werden sie von den zwei hier weg gemobbt. Ja gut, hier zwei müsst ihr eh haben. Hast du schon irgendwas drüber, Spezialfutter, irgendwas? Ja. Das ist nur das jetzt Futter? Aber sonst keine Tropfen drüber oder was? Ja, das hat gekippt. Das hat jetzt gekippt. Okay. Ist ja gut, ne? Aber nicht so viel. Ja, man muss natürlich auch immer noch die Zeit bedenken. Die haben ja auch ihre Zeiten, wo sie dann da brüten wollen. Das ist ja auch natürlich ausschlaggebend. Bitte. Die Einde. Wack, 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 wack. Akadnick ist es, schmeck dich. Das schmeißen. Ähm. Will es kaufen? Ganscha? 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 Wie bitte? Was heißt das auf deutsch? Ganscha? Nein, dieses Uaaaaah! Man picken! Ach, das macht doch die Beine auch ins Ohr rein. Und die hat einen längeren Schnabel. Ach, du machst so Geräusche hier. Aber sonst immer Küsschen, Küsschen hier. Ja, ich habe alle Namen drauf noch. Ja, ich kriege alle noch hin. Guten Tag. Rosi und Ritchi. Rosi und Ritchi. Tilak. Mein Kopf ist noch gut. Guck mal, die Grau kann ich nicht auseinander halten. Hier geht es noch, äh, mit den Ringen geht das hier noch. Ne? Und weil die auch ein bisschen mehr grün noch sind, ne? Rosi und Ritchi. Aber es kommt vom Gelb kommt es langsam, langsam kommt es, ne? Aber man sieht doch schon, dass da doch mehr Gelb bekommen ist, ne? Wenn wir mal am Anfang gucken, dass wir hinten auch hier, ne? Soll sich ja so verändern, so wie die hier, dann. Oh, was kommt dann? Oh, lege! Dafür haben die aber jetzt hier ein schöneres Gesicht, ne? Rosi und Ritchi. Noch mehr rot und... noch ein schönes Gesicht. Hallo, Rosi. Hallo, Rosi. Was müssen Sie bei meinem Bauch klettern? Hier, meine Bauch klettern. Schöner Bauch, ne? Schöner Bauch. Schöner Bauch. Schöner Bauch. Schöner Bauch, ne? Ja, kann man schön drauf sitzen. Mit dem Gansha. Klar, wenn die ganzen Tage Gansha fütt, dann bin ich auch happy da. Ja, 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 love and peace, ja, eh, peace, eh, alter, eh. Den ganzen Tag Gansha fressen hier. Gansha sind also die Samen von Marie und Anna. Verstehst du? Ja, Marie und Anna. Marie und Anna. Marie und Anna. Und das mögen die Vögel gerne. Du kannst es kaufen, ne? Hier im Vogelladen. Ahhhh. Was kosten die? 1 Kilo 400. Kann man daraus aus dem Tee machen? Wie hier, ich weiß es nicht. Ach schon. Dann bin ich auch glücklich. Ja, ha, 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 ha. Ach, hier nochmal. Ach, hier nochmal. Gell. Ja. george mit blauer ring georgie boy und joey ja genau du genau sag mal bescheid jetzt auch mal kollegen nicht immer ins ohr beißen ja aber Komm her, komm her du, tolles Bild, und nicht den Mikrofon immer fressen hier, ein bisschen putzen hier, ein bisschen putzi putzi machen hier, putzi putzi, schön schön schön, das ist Mann, ja Mann macht mir ja, ach so mache ich die doch auch im Auto, so ungefähr, so ungefähr jetzt die andere Seite, siehst du, ein Geben und ein Nehmen in der Partnerschaft, sehen sie das, so ist das immer, Geben und Nehmen, ach sind die schön zärtlich miteinander, guck mal, boah, oh, da kannst du noch mal gucken, guck mal so ganz, oh, jetzt auch die zweite wieder, hmm, herrlich, sensationell, jetzt kommt der dritte, will auch noch mitmachen, mit diesen lieblichen Bildern werden wir uns heute mal verabschieden, immer daran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn du nicht abonniert hast, Abo-Button unten rechts, Abo beim Uwe und Porn und bei die lustigen Vögel immer kostenlos, kostet nix, Glocke aktivieren, und sonstige Aktivitäten, dann würde ich sagen, war es das für heute und tschüssle, herrlich und tschüssle. Oh und tschüssle, ciao! Das schmeckt echt gut. Das ist eine allerbestellung. Wenn ihr da das nächste Mal das Futter habt, das ist speziell Pulver oder Tropfen oder was, dann macht das da drauf, ein bisschen geben und dass ihr das dann wirklich alles gefressen habt. Dass du dann genau weißt, die haben das dann auch jetzt genommen. Also nicht so einen großen Topf machen, klein und dass die dann genau die Futter nehmen. Und dann weißt du auch, die haben das dann auch zu sich genommen. Richtig? So kann man das dann kontrollieren. Also, ciao! Tschüss!